öh sabasti das warst du öh sabasti oha du ja geradeaus fahren da gib nach boah ich warte lieber einfach ups hallo War ja der ein Herz? Ich meiste den mit Fußball oder was? Ja. Ja. Mach's doch. Danke. Habe ich runtergeschlupst und trotzdem bist da unten gelandet? Ich sehe nichts. Wo bin ich als erster? Weil was du bestimmt mit runtergefallen ist. Ach man ey. Malke, warum liegst du da so rum? Warum fährst du nicht? Weil ich hier hin und her rutsche, falls du das sehen würdest. Alter! Entschuldigung! Runter! Alter, beruhig dich doch mal. Ja, ich werde sie nie wieder beruhigen. Stimmt, hab ich vergessen. Ruhig dich ja auch immer auf. Äh, ja. Ach, verdammt. Ja, kann man auch machen. Muss man aber nicht. Mach dir natürlich nach. Ja. 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 Spor. Ja. Ja. Ich hätte meine Boah. Dein Ernst? Räumen wir den Schrott da weg. Nö. Kannst du mal gleich vergessen, mach ich nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, das ist gut. Oh, das war ich wohl zu langsam. Nein. Oh, Herrschaft. Nein, oh Mann. Bleib doch einfach mal da. Oh. Das war's für heute. Echt jetzt? Ey. Och Mann ey, ist doch zum Kotzen alter. Und... Hä? Und dann? Einfach runterfallen oder was? Ja. Hä? Wie soll das gehen hier? Ach so. Oh, sein scheiß Ernst. Jetzt muss ich das nochmal fahren oder was? Ich bin los. Ich bin los. Ich bin los. Ich bin los. Ich bin los da. Echt jetzt? Ja. Ich bin los. 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 Das war's. Hä? Wohin denn jetzt? Darum soll er halbwegs mittig treffen. Ja, rein und tue hier eh kein mehr. Das ist ja wohl nicht schweres bei mir, schätze ich mal. Das war's. 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 Können sie nur runterfahren? Bist du da bei mir jetzt? Ganz rechts könnt ihr fahren. Entschuldigung, ganz links. Da sind die Spuren am engsten zusammen. Oder so. Ich fall bestimmt gleich runter. Ich bin bis zum Endeweg durch. Durchgerutscht. Na, nein! Das gibt's doch nicht, Alter. Mal gucken, ob das so geht. Ich kann nicht hin so schräg dran, aber mein Heckspoiler hat mich im Prinzip beim runterfallen. Alter, da sind ja noch Stoppschild dazwischen. Mike, wärst du hoch oder runter? Ich bin schon weiter. Du bist ja bei mir! Ich war, wo du gesagt hast, du bist jetzt bei die komischen Teile, weil grad mal oben angekommen. Richtig mal wieder. Ja, klar. Natürlich. Ach, ey, das ist doch nicht dein Ernst hier, Alter. Äh, jetzt hättest du vielleicht Glück gehabt. Ja, ich war so. Hättest du dich eventuell mit der Hinterachse wieder richtig rauf geschoben. Fahr mal, fahr mal, fahr mal, fahr mal, fahr mal. Ich sag dir, wann du stoppen sollst. Stopp. Und jetzt Gas geben. Richtig ran, richtig ran. Gut, stopp, stopp, stopp. Und jetzt. Nein! Mann, Alter! Das ist doch schon wieder ätzend soweit hier. Mike, bist du vorm Ziel? Ja. Ja, fahr rein. Fahr rein, hab ich gesagt. Das wird die sowieso nix in, äh, absehbare Zeit. Alter! Was hast du denn da? Der soll eigentlich, der soll eigentlich die Haftmühle schmeißen. Pfff. Fick dich doch, Alter. Ach, jetzt wollte ich auch abdrücken, hat nicht funktioniert, Alter. Pfff. 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 Pfff.